Na Anni, kannst du uns ja mal was erklären jetzt zu deinen offenen Stiefeln? Ja, wir haben neue Reitstiefel, die sind wirklich äußerst schön, aber ich hab's noch nicht gehört. Vor 8, aber dicht vor 8. Mama, aber sonst komm ich doch bis nach Timbuktu. Das ist ein Stilspringen. Ja, aber dann hau ich den runter, dann ist das auch nicht gut. Ich geh doch rein. Ich hab hier eine schöne Dresseurarbeit gefunden. Ich guck schon davor, dass sie mir nicht so abkürzen die Ecke. Ach, die Kommi. Ja, deshalb, weil ich sie gerade vorhabe. Deshalb sag ich ja meine schöne Dresseurarbeit. Die 23 erhält als Grundnote eine 7,8. Abzüglich 0,5. Behinderndes Fehler verbleibt eine 7,3 und ist damit aktuell auf Platz 1. Wir begrüßen nun die 37 im Verkurs Bella Balduina mit Nalani Selin Hess und Alexander Heide. Was ist der Grund? Ja, ich bin ein Schuss. Ja, ich bin jetzt hier bei den Hüeren. Ach, die Frau ich bin seit 19,5 Uhr. Ja, ich bin jetzt hier bei den Hüeren. Ich bin jetzt hier bei Frankreich. Ja, ich bin jetzt hier bei den Hüeren. Die Viertelцевahmusschlägen. Ja, ich bin jetzt hier bei fordremmen. Das heißt, der Vorsitzende Heide-Hüttemann ist das für ein Beeintresدة. Die Besitzende ist richtig gut in der Vorstellungsgericht. Wir hoffen nur eine Rolle der Herber. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Wertnote gibt es 8,0. Die 38, Bella Caprice mit Stella Röttger vom Reit- und Pfaffheim Helmshorn. Platz 3, Wertnote 8,0. Die Startnummer 37, Bella Valerina mit Malani Selimus. Platz 4, Wertnote 7,9. Borja Garcia Galaro Garcia mit Shimni, Startnummer 420. Wir gratulieren dem strahlenden Sieger und den Platzierten in dieser Prüfung und bitten zu einer Ehrenrunde im Galopp rechts, bricht ab, Marsch! Und dann kommt der noch mal vorbei. Platz Nummer 1, Borja Garcia Galaro Garcia. Platz 4, facebook, 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 facebook SEC, facebook, facebook. Prozess, facebook, 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 facebook. Shut up! Sprecher verse LTH Ven let us see? Duек en position,如?" Okay, reinhalt! Vielen Dank.